Musik Wenn in unserer Beratungswerkstatt Ideen Gestalt annehmen, wenn Formen, Farben und Materialien Lebensräume schaffen, wenn Design, Funktion und Wirkung in Einklang kommen, dann wird Ihr Schreiner zum Wohnberater. In der Planungsphase entstehen Ihre eigenen, maßgeschreinerten Möbel. Wir entwickeln individuelle Wohnkonzepte für Sie. Und leben die Freude an der Beratung. Mit Können und höchster Präzision gehen unsere Meister, Gesellen und Lehrlinge ans Werk. In unserer modernen Schreinerwerkstatt nehmen Ihre Wünsche Form an. Damit sogar der Umbau Spaß macht, koordinieren wir für Sie alle Handwerker. Und prüfen das Ergebnis mit Meisterblick. Wir nennen es entspannt modernisieren. Unsere Kunden lieben es. Wenn aus Ihren Ideen hochwertige Wohnräume entstehen, dann hat jeder in unserem Team alles dafür gegeben. b bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.